Ich stehe Oder gehst du vor eine neue Herausforderung? Dragon Shade hilft dir sicher, diese zu lösen. Mein Name ist Arnold Drachenberg. Ich bin ausgebildeter Zahntechnikermeister und übe diesen Beruf schon seit über 25 Jahren aus. Im Verlaufe meines Werdegangs wurde mir nie langweilig, da ich immer auf der Suche nach dem Besten für mich und meiner Kunden war. So habe ich ein Fotobuch mit Kindessenz herausgebracht, das für die Aufklärung der Patienten dienen soll. Ich habe viele verschiedene Kurse besucht und so gebe auch ich meine Erfahrung durch Kurse weiter. Vor kurzem habe ich eine Academy gegründet, mit einer speziellen Philosophie dahinter. Die Teilnehmer sind hier drei Monate vor Ort und vertiefen ihr gelerntes Wissen. Und vor sieben Jahren habe ich Dragon Shade erfunden, wobei Inspirator und großer Helfer mein Freund Jan Holger Bellmann war. Auf dem Markt gibt es bereits natürlich einige Farbmesssysteme. Wie man schon sagt, ein Rad kann nicht neu erfunden werden. Was braucht man, was muss man wissen, um mit Dragon Shade arbeiten zu können? Hat jetzt ein Patient ein Lämpchen im Mund oder was soll das? Licht kommt von oben, wird auch durch anliegende Zahnfleisch ein bisschen blockiert, wenn Sie mit dem Auto fahren und plötzlich kommt ein Nebel auf. Sie machen ja bestimmt nicht ein Fernlicht an. Jedes System sieht nur das, nur ein Punkt, nur ein Bereich. Ja, das eine ist die Analyse und das zweite große, wichtiger Punkt ist natürlich auch die virtuelle Anprobe. Hier sagen, okay, ich nehme dann von der Musterzahl 0,5, was muss ich denn dann drunter schichten als Dintin und drüber als Schneider, damit ich das gesamte Ergebnis hinbekomme. So finde ich das viel einfacher. Ja, was ist eigentlich Dragon Shade? Ich finde es heraus, was besser zu dir passt. In diesem Sinne, ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Bis bald. Ciao. Ich muss ehrlich sagen, was der Arnold da an Zeit und Energie investiert hat und was er da auf die Beine gestellt hat, das ist echt was, echt verletzt. Wenn man dann halt von der Fortbildung kommt und dann sagt, das ist echt eine Möglichkeit für uns und vielleicht auch wieder Verbesserungspotenzial. Gerade durch die Praktikabilität und da merkt man wirklich, dass da sehr viel zahntägliches Verständnis hinter ist. Es ist sehr umfangreich, also da hat Arnold einiges geleistet, muss man schon sagen. Ich mache mir jetzt ganz viele Gedanken, aber ich bin total begeistert. girl, wir sind auch richtig gefertigt. Ich bin total記iert.